Also ich finde es interessant, dass jetzt die nächste Episode es um Quoten geht. Ich habe irgendwie meine Meinung für Quote schon relativ früh gebildet. Es war auch der Moment, als ich Pierre Bourdieu die männliche Herrschaft gelesen habe. Für Bourdieu, das war eins seiner letzten Bücher, die männliche Herrschaft ist eigentlich das Paradigma aller Herrschaft. Sie besteht über viele Generationen, über viele Jahrhunderte und hat sich geprägt. Wir sind damit alle groß geworden, auch unsere Großmütter und so weiter. Sie hat sich in der sozialen Welt niedergeschlagen und sie hat einen bestimmten Habitus entwickelt. Habitus kann man auch mit Einstellungen aller übersetzen und sie ist tief in unserer DNA. Und was selbst Bourdieu schon feststellte, als er dieses Buch geschrieben hat, war eben die Sache, es braucht eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft. Es braucht quasi eine, er hat es damals genannt, symbolische Revolution, um das zu ändern. Weil das ist etwas durchaus Menschliches, dass wenn man Herrschaft hat, man diese nicht abgibt. Ich bin nicht mal wütend darüber, sondern ich finde, es ist ein interessantes Phänomen. Aber das sehen wir auch in den letzten Jahren. Unsere Regierung hat immer wieder versucht, Quoten über eine freiwillige Selbstbeteiligung durchzusetzen. Das hat dann gerade auch in den letzten Jahren dazu geführt, dass Film, also es wurde zum Beispiel so eine Sache an Vielmann geschrieben und sagten, okay, also wie wollt ihr eine Quote in eurem Aufsichtsrat herstellen und welche Quote wollt ihr erreichen? Vielmann kann ohne Probleme zurückschreiben. Unser Anspruch auf eine Frauenquote im Vorstand sind 0 Prozent. Das geht natürlich nicht. Und das spricht natürlich von einem Habitus und von einer menschlichen, männlichen Herrschaft, die sich vielleicht auch wie der Adel oder die Queen oder sonst was als Gott gegeben darstellen. Das ist natürlich, das stimmt natürlich nicht. So etwas wie eine männliche Herrschaft oder ein Patriarchat haben sich über lange Zeit entwickelt, aber sie kommen nicht aus einem natürlichen Herrschaftsanspruch heraus. Und das andere Problem ist natürlich, dass unsere Gesetze und alles andere sich danach orientiert haben, nach diesem Herrschaftsanspruch. Also brauchen wir Quoten. Und Quoten sind einfach dazu da, dass sich das Denken ändert, dass wir plötzlich sehen, es geht auch an das und das passiert einfach nur unter Druck. Und mein Vorschlag ist einfach, weil ansonsten ändern sich Menschen nicht, mein Gott. Und mein Vorschlag ist einfach, wenn man jetzt so viel Angst vor einer Quote hat oder dieses immer und ewig und so weiter diskutiert, warum sagt man nicht einfach, okay, hey, wir probieren jetzt einfach mal eine Quote für die nächsten fünf, sechs Jahre aus, dann sehen wir, wo wir stehen und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Wir brauchen ja diese Quote nicht bis zur Unendlichkeit. Wir müssen nur, dass, wir müssen nur uns darum kümmern, dass die gesellschaftlichen Zustände sich langsam ändern und überhaupt eine Chance haben. Dankeschön. Dankeschön.